Vielleicht hab ich ihn nicht gesehen. Ist oben bei diesem einen Special-Auftrag. Kevin, hinter dir. Danke, Leute. Digga! Oh! Ach, klippt das! Moin, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück. Ich habe mich mit meinem ganzen Team jetzt richtig lang hingesetzt und habe euch aus den letzten Streams jeweils gute Runden, heikel Runden, alles mögliche, spannende Runden, sonst was rausgesucht. Habt ihr ein bisschen für euch zusammengeschnitten, damit ihr jetzt, wo auch nicht so viel ist, trotzdem ein bisschen was von mir habt. Ihr könnt mir fast jeden Tag auf Switch auch gerne zuschauen, wie ich mit Aim-Bot in allem spiele, wenn ihr wollt. Das ist natürlich Quatsch, mach ich nicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, Leute. Und ihr seht es, ich hab mich für MB2 schon mal ausgerüstet. Wird's geil, keiner weiß es. Heute seht ihr die Cooper zusammen mit der Blixen. Wenn ihr irgendwie Loadout oder sowas sehen wollt, könnt ihr einfach auf den Discord kommen, relativ easy. Da haben wir extra Waffenguides und sowas. Wenn ihr auch solche tatsächlich entspannteren Lobbys spielen wollt, unten ist der Link zu meinem VPN. Meiner Meinung nach das beste VPN, was es aktuell gibt. Leute, es macht endlich wieder Spaß zu zocken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß. Das kann witzig werden. Dass es Menschen gibt, die dafür Geld ausgeben. Und halt Handy-Games. Die Leute geben für den größten Scheiß da Geld aus. Wahnsinn, oder? Mhm. Das Ding ist, dass du auch zum Beispiel in vielen Events, in vielen Handyspielen auch nur die Top-Range erreichst, wenn du Kohle zahlst. Anders geht das gar nicht. Oder auch die Items kriegst. Ob denen aufgefallen ist, dass man diese Holzleitern nicht vernünftig hochlaufen kann? Ey, übel. Also, ich laufe immer da ran und dann bin ich stuck. Ja, ich auch. Ich dachte immer, es liegt an mir. So, wir machen jetzt mal nur noch. Ich bin mit 1, das Schild. Jetzt wird's witzig. Hi. Wow. Das war witzig. Keine mit nicer Schild. Das hat Spaß gemacht. Ja, Spaß. Ich denke eben. Krass. Ey, was? Woher kommt der denn auf einmal her? Ja, Red Stand, da ist mein Krabi. So, ich steck. Hi. Einer ist noch. Da hinten. Witzig, wie aggressiv man das hier spielen kann, wenn die teams nicht kämpfen einer ist one shot bei dir oh nix da und uns da dauern war einer ist dauerung einer kohl hier sind weg Und ich glaube auch ein anderes Team bei Joulette. Über uns? Dort? Hier sind viele, die jetzt gleich alle herkommen. Oh, beim Brunnen einer. Der war in den Turmen-Dings drin. Was ist verkehrt? Er war gelb. Er war gelb, na. Äh, link uns. Nico, da hauen wir mal lieber ab. Soll ich da ein Kretzi rauf fahren? Mach. Für uns. Geil. Ausgeschaltet. Er sitzt hier oben, Alder. Also Taun ist einfach ganz schlimm. Warum? Dort? Er darf gehen. Unter uns? Ja. Ihr seht auf der Karte, den Kreis. Achso. Das ist der Kreis? Der Kreis ist das PDS. Ah. Ach, das ist euer? Ne. Vom Gegner ist PDS. Teamwork? Nein. Die sind weiter vorne. Okay. Dort? Ja. Freebreak. Oh, jetzt ist dieses Schwachsinn geräusch wieder. Ja. Das ist ein bisschen mocker. Links über uns. Und in der Grotte, glaube ich. der Knopf ist. Da ist der Knopf. Das war in der Grotte. Ja. Bei dem Scharf. 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 Einer unter uns. Einer. Der war verwirrt. Der war durch. Wenn ich noch ein bisschen mehr Geld sammle, kann ich das anlegen gleich. Beim Leuchtturm holen sich ein Lodi. Leuchtturm. Na, wo sind die hier? Sind die alle unten gelandet? Oh, bei mir. Moin Wopsi, grüßt es. Grüßt es. Oh, hinter mir, hinter mir. Oh ja, hier. Jetzt von beiden Seiten Sandwich, Roni. Pass auf. Ich habe vier Mann in der Grotte hier. Ich habe drauf geclustert. Gib mir mal Geld. Oh, nice. Wo kommen die gleich raus? Da, oder? Ja. Ich glaube, ich komme ein bisschen raus. Oh, nein, 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 nein. Nein. Aber hier. Von wo? Ach so, bei der Straße. Da oben, ja. Das sind aber auch drei Leute wieder, Alter. Einer beim Shop. Ja, hinter uns auch. Ja, hinter uns auch. Neben Jauen. Eis halt überall. Ja, da oben. Ja, da oben. Ja, da oben. Da oben. Ja, da oben. Schau mal ob er Kohle hat. Ich bin schon dabei. Er hat Kohle, aber nicht genügend. Nice. Wo du auch noch kürzt? Ein 4-Mann-Team ist unten in der Grotte. Wollen wir dann auch runter gehen oder wollen wir oben bleiben? Nein, nein, bloß hier runter gehen. Unser Team hat einen Radarstörer angesetzt. Irgendwo hier unten. Ich habe sie die ganze Zeit abgefuckt. Oh, ist das einer? Das ist einer. Ach, Mann. Oben, oben oben. Oben da oben. Oh, big, 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 big. Nice. Ich habe ihn noch nicht genug. Oh, er hat uns, er hat uns. Oh, der ist hier. Da ist wie eine Money Box. Oh, nein, ich bin nicht. Nein. Oh. Shit. Wuhu. Wuhu. Bitte was? Er war unten. Der war unten. Der Schock. Das ist deine Hustet. Einer von den dauernd. What in the f***. GG. GG. Well played. Win unde. Der Grotte war echt geil. Die waren die ganze Zeit in der Grotte. Die ganze Zeit.